Oh ja natürlich, ich spiele mitten da auf der Straße, was für ein Hurensohn die sind. Ja, du hast den falschen Sandigen. Ne, die kommen noch nicht mit Tanks, kein einziger Tank auf der Straße. Ja, aber ich brauche trotzdem, ich brauche noch 8 Lightning-Kills. Ja, aber ihr werdet auf der Straße so gefickt, das kann ich euch jetzt schon zeigen. Ja, wir ficken zurück, wir lassen uns nicht ficken. Also ihr solltet nicht die Straße entlang fahren. Was sollen wir nehmen? Tank oder Tank? Ja, ne, Tank, aber Fahrt über die Eiswüste. Äh, Foto oder das Platonlied? Ja, man geht auch lang. Was? Wieso gehen die auch lang? Ich weiß auch Sven oder mir oder so. Ich bin Platonführer. Jawohl, jetzt folgt ihr mir. Ja, setzt mal den Punkt da drauf. Ja, Attacke! Äh, du weißt, dass das ein englisches Platon ist? Ist mir doch scheißegal. Die sollen Deutsch lernen. Ich wurde aus der Luft geholt. Da sind einfach 8, dass der Max ist oder so. Was ist denn die nächste Base da? Da wo der Platonwegpunkt ist. Wenn der scheiß Franzose mich da durchlässt, mal. Dankeschön. Invisier B. Boah, jetzt kann ich, jetzt kann ich endlich wieder mit der Underboss weiterspielen. Wo du trotzdem auf dich draußen fährst und weißt, wenn du es gesagt hast, war nicht das. Ja, warte, ich hab einen Kill gemacht. B. Was ist denn B? Motherfuck, tot. Was für ein B? Ich weiß nicht, der will, dass ich B drücke. Junge. What the shit? Von wo? Boah. Wir haben schon Sandara hinter denen in. Markus, ich stehe uns beiden als Bombeken. Boah, der shit, alter. Der shit, alter. Zwei Schüsse kriegt alter und ein halbes Leben weg, alter. Boah, wer auch immer. So, jetzt hat's. Ja. Aber jetzt wird meine Lieblingsklasse. Also in Tansan, die hält nur 224 aus. Ja, wie jeder normale Sandi halt auch. Ah, gut. Ich wollte es nur erwähnt haben. Vielleicht hab ich gedacht, dass die weniger Schild haben, weil sie sich ja tarnen und dann die Tarnung kein Schild generiert. Alter, Junge. Ja, jetzt natürlich. Jetzt bin ich wieder auf 1. Oh, leck mich doch. Scheißspiel. Ich hasse das Spiel. Ich muss nur noch 664 Kills machen mit der Maskierten. Und der Bug funktioniert immer noch. Woll ich mal angemeldet. Der Masken Bug? Mir haben ganz viele Leute erzählt, der geht nicht mehr. Doch, ich hab's gerade ausprobiert. Ich hab eine Maske noch gebraucht und die hab ich dann gekriegt, so. Also funktioniert. Wait for me, man. Wait for me. Wait for me. Wait for me? Hört ihr das? Ja, ja. Ja, doch auf mich. Wir warten. Wir haben mich auch mitgenommen. Okay. Sterb. Stirb. mal. Warum redet jetzt ein eigener Dazwischenrum? Juhu, arschgeige! Rette voll rein. Und jetzt rettet mich hier aber auch. So das, das nämlich, jetzt mal okay. Jungs, wir machen mal wieder hier Teampolitik während der Aufnahme. Ist doch cool, oder? Was machen wir, Tobi? Wir haben auf der Homepage gerade noch eine Umfrage laufen, die ihr 2 noch ausfüllen müsst. Ich war schon ewig nicht mehr auf der, ich weiß nicht mehr als Passwort mehr. Ja, ihr müsst auf der Homepage schon die Umfrage ausfüllen. Für, ähm, Steam und so. Wie oft ihr Steam benutzt und irgendwelche anderen Dinger, so eine allgemeine Umfrage. Einfach mal gucken, ist aktuell unter den neuesten Themen, glaube ich, noch. Yes, kill. Kill, zwei kill, ein kill. Ach, fuck, dann. Ich hab mir zu viel gelegt, der Hund, so, und dann musst du sterben. Ach, ähm, warum will das, warum Steam benutzt? Eigentlich täglich für Eve. Ja, dann schreibst du täglich dahin. Geht drum, ob wir zum Beispiel ne Steam-Kuppel aufmachen. Ach so. Können wir machen. Kannste machen, das ist aber klar. Wir haben doch hier die Kuppel. Dark soll endlich mal die Rechnung bezahlen für die Werbung, die wir für ihn machen. Genau. Sind wir da 57? Für die Aufnahme. Für die Aufnahme. Also mal 420 oder 423, wo wir jetzt momentan. sind. Also Dark, rechnet es ja aus, was er uns gerade schuld ist. Ach gut, ich bin kolant nur 200 Folgen, wenn du so lange in deinem Titel. Ja, ja. Also ich würde auch sagen, so, uns reichen die letzten 100, ne? Die letzten 100. Also Darky, das ist schon okay, 750 Euro, denke ich mal. Ja, kann man machen. Kann man das mal 3, weil jeder das kriegt. Aber pro Person natürlich, ne? Ja, wollte ich auch schon sagen. Mal 3 muss man aufrechnen, genau. Sonst ist halt einfach nicht fair genug. Eben, wir wollen ja nicht teilen. Und ich mach grad mit dem Harris da so viele Kills mit Fabi, das ist unglaublich. Mit Fabi. Ja, mit Fabi. Also sind das ja locker mal so knapp 2500 Euro. Da, die machst du locker. Gehst du ein bisschen anschaffen, dann passt das. Ne, muss Darky nicht anschaffen. Der hat ein Team. Das geht für ihn anschaffen? Nein, also. Das muss der Chef dann selber machen. Ja, wunderbar, das will doch. Super, Glückwunsch. Lackert. Lightning Kills fertig. 50 Surts. Yay. Hecht, du hast die Lightning Kills? Ja, 10 Lightning Kills. Das hab ich oben. Ja, natürlich, ich spiele ich mitten da auf der Straße. Was für ein Huren, so ein Sektchen. Ja, du hast den falschen Sektchen genommen. Ich werde jetzt auch sterben. Ja. Ich will die Station noch hier einnehmen. Geil. Die Station ist auch hier. Ich muss den Flugzeug ziehen. Ja, und du musst mit dem Flugzeug auch Kills machen. Echt? Ist ja nicht so, dass die Punkte geschenkt kriegst. Mach du schon. Ne, du musst mit allen Fahrzeugen Kills machen, also auch mit dem Flugzeug. Also, ich bin bei A, Jungs. Ich weiß nicht, was ihr treibt, aber ich bin für eine Nähmung auch. Ja, dann los, geh mal zu A rein, weil das Problem ist, bei A stehen wechseln. Ach, fast, die Querschaft. So, ich hol mir wieder ein Flugzeug. War ich effizienter, hab zwar eine 1,6 KD-Fooder, 1,6. Ähm, aber, naja. Bin ich nicht so zufrieden mit. Mit dem Harris hat gut eine Killstreak gerissen, mit dem Flugzeug gute Killstreak gerissen. Holen wir uns ein neues Flugzeug und reißen. Na, eine Killstreak. Zumindest hab ich das so vor. Z, dann zieh ich mal. Ich will auch. Ja, komm, mit Warpgate. Dann unterstütze ich dich. Ich hol mir ein Lightning. Ich hab sterben, oder? Ja. Ich bin auch noch positiv. 1,1, 1,1, 1,1. Ich verstehe nicht. Warum ist Blendezeit mit 5, 6 Nachkommastellen? Du hast ja mega viele Leute in deinem Truck. Zieh uns mal rüber. Was behindert sind? Worum gehen die alle? Äh, können wir an dir liegen. Ja, vermutlich auch. Aber ist mir auch einmal. Zieh uns mal rüber, bitte. Äh, zum Alpha-Trop-Wächsen und zum Alpha-Trop-Wächsen. Zum Schluss sind wir ja eh nur noch Orbs. Oder Diff. Äh, ne, die anderen beiden sind nicht Orbs. Nö, hab's gemerkt. Die anderen sind Orbs und G an G. Setzt auch wieder Wegpunkt, weil ich fliege gerade durch die Gegend. Ich bin ja, dass ich mich schützt. Ah, ne, der Weg, der Platoon-Wegpunkt ist ja weg. Irgendwas ist hinter mir fortgelegt. Also, ne, klar. Marka, so willst du? Moment, ich habe dir. Ich habe mir auf der Karte nicht. Nö, nö. Hä, wo bist du? Ich bin neben dir, hinter dir, unter dir. Oh, ich sehe dich. Alter. Ich sehe dich auf der Karte nicht. Wie behindert ist das? Jetzt hinter dir, rechts, links, oben. Boah, Alter, warum stirbt der nicht? Ja, das ist ein bisschen schrungen. Okay, dann ziehst du mich auf der Karte? Ja, ich sehe dich auf der Karte. Dann musst du dich an mir orientieren. Na, ich sehe dich jetzt nicht gerade auf der Karte, aber ich sehe dich so. Oh, was ist das denn wieder im Visier? Ja, ich sehe dich auch nicht auf der Karte. Wahrscheinlich sind wir zu nahe zusammen oder so. Alter. Mal stehen ganz kurz. Ich sehe dich auch nicht mehr auf der Karte. Da vorne ist eine Monster. Ah, jetzt sehe ich dich doch wieder. Ich fahre jetzt mal rückwärts und werde getötet dabei. Mein Ruhlplatz war. Da oben. Und eine Galaxy. Boah, Alter, ich sei einer von euch. Boah, das bringt dir nichts mehr. Wir sind beide im Flugzeug. Ja, ich wurde weggepumpt. Ich habe ihr gut gegeben. Komm schon, wir sind mit drei Hubern an dieser Scheiß-Mossi dran. Erwischt. Ja, ein Autorep, das ist das Problem. Oh, ich werde übelst abgeballert. Ja, ich auch. Hier sind Skyguards. Lass hier weg. Und dann. Hast du nicht mehr geschafft. Ne, das war ein R-Max. Ah, wir verlieren schon wieder die Station. War richtig sauber. Hey, weil hier alles explodiert gerade. Ja, wir wollen eine Verstärkestation annehmen. Alles klar.